Ich hasse mein Leben, mir geht's gar nicht gut. Nicht jetzt, Daddys Lieblingsbrücke ist eingestürzt. Wen interessiert das? Dein Daddy interessiert es. Aber immer wenn ich mir ein Video auf meinem Handy ansehen will, hat es, weil unser saublödes WLAN zu schwach ist und mir nur einen einzigen Balken gibt. Dann warte, bis das Video voll geladen ist, bevor du dir's anguckst. Also müssen wir jetzt leben wie die Tiere? Wir reden noch. Ich hau ab. Ja, ich tue es. Ich trage dich auf keinen Fall. Ich bin kein Pferd. Jasper! Was? Steh auf! Wieso sollte ich? Ganz einfach, weil du mich jetzt zum Haus meiner Freundin Mala trägst. Ich trage dich auf keinen Fall. Ich bin kein Pferd. Toll! Denn dann werde ich jetzt dieses Video posten, damit es die ganze Welt sehen kann. Ein Video, wovon? Guckt! Das bekomme ich nie perfekt hin. I got my ticket for the long way round. Okay, fine. Wenn er zu langsam ist, tritt ihn in die Seite. Nein! Nein! Ah! Yeah! Hi, Piper! Dieser Fluss ist voller Kleister, sagt der alte Bademeister. Okay. Eine Torte. Wieso steht hier eine Torte? Es drauf! Du wurdest getortet! Hey! Ist bei euch alles okay? Ja! Nein! Ich hab ihn getortet! Ehrlich? Ja! Cool! Hast du's auch auf Video? Ah, ja. Warte. Kid Danger! Du meine Güte! Was für eine wundervolle Überraschung! Äh, ja. Hör mal, ich hab gehört, du hast Tickets für das Holkins-Konzert gewonnen. Also, gib sie mir! Oh, das würde ich liebend gern, aber ich hab schon drei Freunde zu dem Konzert eingeladen. Und die anderen vier Tickets hab ich Bedürftigen geschenkt. Wow! Was? Du bist so nett. Oh, nein, du bist nett, weil du sagst, ich wär nett. Soll ich dir einen Kuchen backen? Ah, ja! Wow, ich darf fahren! Du darfst was? Na, ich darf fahren! Ein Auto! Guckt mal, was ich von der Führerscheinstelle gekriegt hab! Du hast einen Führerschein gekriegt? Wie hast du das denn angestellt? Ist bestimmt ein Fehler. Den darfst du nicht behalten. Den gebe ich nicht zurück. Der Führerschein wurde von der offiziellen Behörde in Swellview ausgestellt, und zwar für mich. Also steck deine Nase nicht in meinen Auspuff. Noelle will abhauen! Ähm, sorry, ich kann die grad nicht weg. Ah! Du hast mir mein Ding versaut! Hey! Ist ja gut, ist ja gut! Das ist nicht ein Job! Runter mit dir! Das Miststück wollte abhauen! Danke, jetzt geh nach draußen und warte da! Ich geh nach draußen und warte da! Aber du hast deiner Mom gesagt, dass du über Nacht bei Wendy Lindy bleibst. Da war ich auch, aber als ich da war, hat mir Wendy gesagt, dass ab 7 Uhr Frühschlussverkauf bei Pants Pants Revolution ist. Was ist das? Ein Laden? Ja, und die ganze Nacht musste ich auf der Straße schlafen, damit ich die erste in der Schlange bin, um mir das zu kaufen. Die hier! Was? Sieh dir die mal an! Was? Ich glaub's nicht. Ist das ne... Hot Slacks! Kann's sein, dass ich spinne? Ja, es kann sein, dass du spinnst! Hey, da, siehst du ihn? Der Süße mit der blauen Jacke? Ja, ich seh den Typ. Ist er nicht süß? Kann ich nicht beurteilen. Oh, glaub mir, er ist super süß. Okay, alles klar. Junge, blaue Jacke, super süß, bringen wir es hinter uns. Okay, Moment. Wieso? Was? Keine Veränderung, halt still und sei bitte leise. Was? Aber, was soll der Quatsch? Na, wenn Jackson mein Freund wird, soll er doch später nicht glauben, dass mein Bruder mir mein Handy wegnehmen wollte. Aber ich bin, äh, was ist mit... Ja, okay, ich verstehe. Ach, entschuldige, Piper. Ja? Eine Frage, könntest du etwas schneller fahren? Wir müssen schneller fahren. Dann bin ich aber viel zu schnell und verstoße gegen das Gesetz. Also, kleine, wir sind das Gesetz. Du musst viel schneller fahren. Idiot! Hey, hallo, geh aus dem Weg! Okay. Ein Waldorf-Salat und noch eine große Junior-Happy-Box. Tut mir leid, Süße. Wir haben keine König-Cupcake-Happy-Figuren. Der Salat ist okay. Und ich bin nicht Ihre Süße, Ned! Leider ist König-Cupcake alle. Natürlich. Nicht auf ihr Bein sehen! Was? Piper war auf einer Rollertour, um für Tiere zu sammeln. Kastriere deine Tiere? Ja, aber weißt du was? Sie hat ihr Tretbein nicht gewechselt. Eine ganze Woche lang. Was? Ihr Tretbein nicht gewechselt? Beim Rollern hat man ein Standbein und ein Tretbein. Und Wissenschaftler sagen, man muss das Bein immer wechseln. Hey, sie kommt. Und was ist, wenn man's nicht wechselt? Sieh einfach nicht hin. Sieh dir mein Bein an. Sieh dir mein Bein an! Na gut, okay. Ich bin's toll. Ich wusste es. Ich bin ein Frick. Ach, Unsinn. Das bist du nicht. Nein! Oh, Autsch. Ich will ein Pony. Eine Reise mit einem Schiff auf See. Ein Auto auf. Oh, ich verstehe. Das war eine blöde Idee. Ich will Juwelen. Was edel ist das für echt der Hit. Dad, warum schreibst du nichts mit? Das wünsch ich mir. Yeah, yeah, yeah. Das wünsch ich mir. Reise, Auto und Pony wünsch ich mir. Yeah, yeah, yeah. Alles, was ich will. Das wünsch ich mir. Okay, das ist alles ein bisschen extravagant. Extravagant? So nenn ich mein Pony. Live!